Oh man, ich werd Marc bei der nächsten Layton vs. Ace Attorney Aufnahme mit, ähm, mit, 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 na, Running Gags zu, äh, Bomben, die er nicht kennt. Er wird sich freuen. So, ähm, hier fehlt noch was. Ah, Moment, das ist ja die Gelegenheit und zwar um, ähm, dort einen Stern zu bekommen, eventuell. Ha, da ist nämlich das, gut, ich versteh den ganzen Sinn der Sache. Äh, ich hol mir trotzdem eine Münze erstmal und dann werd ich zu Luigi, weil Luigi ist doch viel besser als Mario. Eine männliche Mutter, interessant. Hm, eine, Hutter, äh, nee. Männ, Männutter. Männutter, äh, das klingt auch irgendwie komisch. Moment, hey. Achso, okay. Ah, so rum macht das auch viel mehr Sinn. So, einmal da drüber gelaufen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und wir haben den Stern. Noise. Nice to, oder was sagen die immer? Nice to? Ja. Ach, sag mal, hab ich dir jetzt so in Skype überhaupt was gestreamt oder nicht? Ja, sicher. Ah, gut, gut. Gut, gut, gut. Ich war mir grad nicht sicher, weil normalerweise ist da immer ein roter, äh, so ein rotes Rechteck drumrum, aber das sehe ich hier nicht. Nee, nee, alles gut. Männutter. Ja, klingt wie Nutella. Männutter. Ähm. Ja gut. Das ist entweder so eine Billigmarke wie Nudossi. Oder, oder was gibt's noch? Oder wie, wie Melitta Kaffee. Melitta Kaffee, genau, Kaffeefilter von Melitta. Ähm, wo machen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, ich will jetzt eine Mario-Mütze. Oder ich suche erst mal nach einem Hasen. Wenn es den denn schon gibt. Soll ich mal meinen Hasen zeigen? Oh mein. Ich hab einen echten Hasen. Nein, bitte nicht. So, jetzt müsste hier kein Hase sein. Richtig. Boah, bin ich gut. So, geh ich doch mal, wenn ich einfach so Lust hab, in dieses Level. Wow, wow, wow. Und wir haben schon einen Cook-Insel-Papa. Ein Monster in der Höhle. Hieß das Ding nicht mal Nessie? Dürfen die das nicht benutzen? Rechtlich geschützer Name. Ich denke auch mal. Wuii. Ach, da war eine Mario-Mütze schon mal. Aber nein, ich will ja gar nicht zu der Mario-Mütze. Und ich komm da noch hin. Ich komm da nicht hin. Ich bin eine Knackwurst. Lecker. Wenn ich mich manchmal strecke, dann glaube ich das auch. Dann macht's auch immer knack, knack, knack. Aber es macht nie Wurst. Boin. Münzen. Echte Gurkenbrote wie Flora. Gurkenbrote. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich glaub mit Salz und Pfeffer ist gar nicht so schlecht. Was? Salz und Pfeffer schmecken gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, denke ich auch. Aber ich bin ja so für Tomaten. Aber auch nicht auf dem Brot. Ne, damit frisch geht sie drunter. Hm. Also ich mag ja voll Tomate-Mozzarella. Wenn mir jemand was Gutes tun will, verzichtet auf die Spende und macht mir Tomate-Mozzarella. Schick's für Post. Ja, direkt aus... Oh Gott. Sonst wo weg. Sonst wo weit weg. So, ich wollte jetzt eigentlich mal doch lieber erstmal die Mario-Mütze. Ich hab da noch nicht mal den Schatz gestohlen. Und schon kommen die Felsen hinter mir her. Wenn du wissen, was ich meine. Ich weiß übrigens, wo das Monster von Loch Nestle ist, aber... Loch Nestle. Das Monster von Loch Nestle. Und dieser besteht nur aus Nesquik. In der Schweiz. Was? Ne, ist auch eine Schweizer Film. Ach so, wüsste ich gar nicht. Nur weil die Schokolade machen, müssen die ja nicht aus der Schokolade... Äh, aus der Schokolade kommt. Wird das Schokolade? Aus der Schweiz. Sch Schweiz? Oh mein. Ah! Aber Schokolade funktioniert nicht. Sch... Ne. So, jetzt, jetzt, jetzt... Mach ich mal einen Stern, der hier gar nicht... Ah, geplant ist. Wusch, 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 wusch. Wua! Wua! Gib mir meinen Hut wieder! Das gibt's doch nicht. Ich bin mein Hut. Wua! Ich bin nichts ohne meinen Hut. So wie Professor Layton. Dreiecksbeziehung. Was kommt raus, wenn man aus der Dreiecksbeziehung ein Ei rausnimmt? So, ähm... Jetzt nochmal. Diesmal schaffe ich's. Ah! Ich weiß grad gar nicht, was im Chat abgeht. Guckinsel Mama, Guckinsel Papa, Guckinsel Baby. Diese Kindergartenspiele. Mutter, Vater, Kind. Ja, ja. Mutter, Vater, Guckinsel. Baby. So, diesmal schaffe ich's. Oh, das sind aber dicke Kugeln, Professor. Hmhm. Natürlich, Emi. Und hüpp. Ah, daneben. Oh, nein, 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 nein. Diesmal hole ich mir den. Oh, ich schaff's nicht. Ach so, ich bin tot. Ich wollte grad sagen. Ich bin doch was nicht. Wie der Professor wollte schwimmen geht. Er hat eine Bademütze, die genauso aussieht wie sein Hut. Das wär cool. Davon will ich jetzt ein Bild haben. Ich auch. Schwupp. Schwupp. Yehey. Uah. So. So. Jetzt ist es nur noch, die Mütze hier zu holen. Zack, jetzt haben wir sie. Und diesmal schaffe ich das auch wirklich. Kann doch nicht so schwer sein. Gib dein Bestes. Dreiecksbeziehung ist eine Attacke bei Final Fantasy 10? Alter Schwede. Was haben die nur für komische Attacken? Was haben die für komische Dreiecksbeziehungen? Was für eine Art von Attacke ist das? Los. Dreiecksbeziehung. Die haben bestimmt auch so einen super Eingriff, der heißt Fremdgehen. Und dann erscheint mir eine Textbox, die sagt, Stiller-Better-Love-Story-The-Twilight. Äh, irgendwas sagt mir, dass mir das gerade hier nicht gefällt. Die haben hier einen Stern weggenommen. Und ich suche danach extra. Dann brauche ich auch die Mütze nicht mehr. Im Manga gibt es ein Bild, wie Professor Layton schwimmen geht. Das ist interessant. Äh, welcher Manga? Ist das zufällig dieser, den ich hier auch habe? Ähm, mit den, also dieser Professor Layton und seine komischen Rätsel? Da gibt es nämlich, also ich habe da vier Bände von. Und ja, der, der war auch ein bisschen lustiger aufgezogen. Bestimmt, weil wir euer Letzberg geguckt haben. Ja, wahrscheinlich. Boing. So, hier ist auf jeden Fall das, äh, Loch Ness-Monster. Oh, und da gibt es eine, eine Vario-Mütze. Genau, genau der Manga, wenn wir das wohl sagen. Ah, ja, es gibt auch nur vier. Genau, genau. Den habe ich auch, den habe ich auch. So, wie zum, ja, dieses Viech sieht ja wirklich aus wie ein Monster. Ein Yoshi mit, äh, wie heißt das, Pokémon-Lapras-Körper. Ah! Daneben. Ja. Ja, es ist im Grunde ein Josh-Pras. Josh-Pras. Ja. Ein Josh-Pras, äh, äh, nee. Ja. Ja, egal. Äh, ein, ein, ein Lapschi? Nein. Oh je. Oh je. So, Funfact. Äh, alle diese Charaktere sind auch noch von dem gleichen gesprochen. Hast du Netflix und wenn ja, was guckst du? Nein, ich habe kein Netflix und wenn ja, äh, nein, nein, ich, 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 ich guck Anime. Da ist Netflix vielleicht nicht so meine Wahl. Es ist voll die Leute, dass du das Bild raussuchst aus dem Manga. Das Bild mit dem, mit dem schwimmenden Professor. Was bin ich denn hier, euer? Das kann ich nicht. Boah, Alter, der ist ja so fett, der kann ja nicht so hoch springen. Aber er kann, naja gut, er kann mit seinen Dreisprungen das. So, was haben wir hier? Metal Mario, äh, Wario. Das ist der Wario. Oh Gott. Ja, such das mal raus. Was? Nein, ich such das Bild nicht raus. Nein, der, der, der Zuschauer. Ah. Au, 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 au. Okay, und dann sag mir, welcher Manga, welche Seite. Dann können wir darüber reden, ja. Also, wenn das geht, ja, dann wäre ich dabei. Ah. Okay, irgendwas ist hier komisch. Und vor allem, ich finde hier keinen Wario. Ich finde hier nur ein Mario. Irgendwie haben die hier in dem Spiel zu viel geändert, aber Wario kommt ja eh erst weiter woanders, ne? Ja, was ich mal davon gesehen habe, ja. Und da ist der Stern. Ja gut, also pass auf, äh, wenn, wenn der Band und die Seite da ist. Da gab's ja auch dieses Lähtenschwein. Keine Sorge, ich zeig's dann, ich zeig's dann. Oh, Band 2, Seite 141. Moment, haben wir gleich. Oh, ist es. Wehe, das stimmt nicht. So. Was ist Seite 141? Welche Seite ist das hier? Ich seh keine Seitenangaben. Ach, hier. Moment. Wie war das? Band 2, Seite 141? Genau. Okay, ähm. Hm. Also, das ist die besagte... Oh, sieht man grad ganz schlecht. Oh Gott. Äh, wir müssen da mal was gegen tun. So, ähm. Moment. Ich versuch das mal so ein bisschen zu verdunkeln. Die Kamera, so. Was haben wir hier? Was haben wir da? Was ist... Oh Gott. Ich muss die Seite zeigen. Äh, oder? Wo ist denn das da? Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg das nicht. Ich seh nur ne Flora im Badeanzug. Ja. Mehr auch nicht. Hm. Moment. Ich schau auch nochmal. Ach so, da oben ist es. Irgendwo. Hm. Ah. Ich hab's gefunden. Ah ja. Badeanzug und Hut. Ja. Selbst beim Baden gehen. Setzt ihr ihn nicht ab. Auf beim Duschen. Ach du meine Güte. Nein, kein Live Reading. Ich wollte hier eigentlich was spielen. So, ähm. Ich hoffe, ich komm damit jetzt auch noch weiter. Mit dem Spielen. Spielen, spielen, spielen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Chef, Chef, der kann nicht lesen. Der kann gar kein Ostdeutsch. So, ich muss ja immer noch das Monster besänftigen. Ich muss ihm einen Opfer bringen. Also, ähm, also, da ich ja... Was? Florian Bonner, du war doch da, hast du sehen. Du bist. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen.